Sie macht ihre Liebe endlich offiziell. US-Model Kaya Gerber, 19, und der Australier Javobelo die Daten bereits seit Sommer 2020. Einen ersten gemeinsamen Pärchenschnappschuss postete Kaya schon auf Instagram, jetzt folgte der nächste Liebesbeweis für die beiden. Die Tochter von Cindy Crawford postet ein Foto von ihrem Liebsten auf ihrem Instagram-Profil und gratuliert ihm zum 24. Geburtstag. Sexy Schnappschuss von Jakob Wenn ein angesagtes Model seinem Freund auf Instagram vor den 6,4 Millionen Followern gratuliert, dann muss das Liebe sein. Alles Gute zum Geburtstag, mein Liebster, schreibt Kaya zu einem sexy Foto des Australiers, das ihn oben ohne zeigt. Womöglich ein intimer Schnappschuss aus dem gemeinsamen Bett? Als Dank und Zeichen seiner Wertschätzung für seine schöne Freundin wäre Jakob jetzt streng genommen mit einem Liebespost auf seinem Profil an der Reihe. Ob da noch was kommt? Kaya datete kurz vor Jakob noch den Comedian Pete Davidson. Jakob war bis 2018 mit seinem Kissing-Buf-Ko-Star-Joking liiert. Kaya datete kurz vor first? Kaya datete kurz vor Kaya dasselwer Corret. Kaya da die J Transport her канале.